hallo herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft masterbilders mit dabei ist kiva hallo und wir fangen anscheinend direkt an mal gucken was sie bauen wieder auf mein blickserver schöner server wieder beschreibung ein wir bauen an ein schirm toll echt ein schirm im kopf habe ich schon guten aber mal gucken ob er es überhaupt bauen kann wie hoch darf man denn eigentlich bauen egal ich bauen halt so jetzt noch vier minuten gut ist nicht mal mit dem auf hallo hallo ich habe keine ahnung wie ich den richtigen bauen soll ich habe keine Ahnung sie haben sie haben sie haben sie hmmm hmmm hochkonzentriert bitte hochkonzentriert ein wenig ja merkt man das oder was mhm das ist eigentlich wie ein propeller bitte aus wie ein propeller bei mir das ist das das ist das ist das ist das ist das 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 ist das ist das ist das das ist das ist das ist das 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 ist das ist das ist das das ist das ist warte 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 musik ein bisschen laut und da ist einer nicht fertig geworden warte groß ganz okay nicht grafik hallo musik lautstärke ist auf ach süß das war ja ne gute idee er kriegt von mir trotzdem nur ein it's okay ist leider nicht fertig geworden ich habe es nicht zu lange gebraucht yolopoco okay it's okay ist ein regenschirm ja man kann es erkennen aha 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 er hat nicht explodiert nein wieso soll es explodieren wow es fliegende untertasse oh was sagst du es fliegende untertasse es macht nicht bumm ja ja ich dachte ich habe halt ein schirm gebaut so wie man halt weiß ich nicht von restaurants außerhalb so ein schirm ok nette idee aber ist halt äh glaub das war zu viel zu groß ja somia hey ich bin letzter geworden geilo nice hm 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 kein kommentar nee kein kommentar ey dein platz war aber noch okay also gut hm so viel geschenk irgendwie musik das war bisher nicht ja was du die komische musik platziert ungeheim mal gucken was jetzt kommt wir ein tier tank tank also ein tank tank wie der army oder ja okay ich brauche einfach so ich scheitere schon an den reifen was? ich scheitere schon an den reifen ein tank also ein tank ist das einzige was mir einfolgt ein panzer halt ja ich brauche ihn zu groß so warte 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 nein eigentlich ist es okay ich glaube ich spreche ihn viel viel zu groß bitte? ich glaube ich spreche ihn viel zu groß oh ja ach quatsch ich glaube die idee dahinter könnte man verstehen was ich bauen will aber ich sage es ob ich es schaffe irgendwas habe ich falsch gemacht oder? ja natürlich habe ich falsch gemacht so sollte es sein oh god okay ich werde nicht fertig ich werde nur mit den reifen gerade fertig okay 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 Echt? Oh Gott, was für riesen dicke Reifen. Geil, ja gut. Es soll ähnlich sein wie ein Panzer. Ich glaube, ich hab... Ich bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Wow, was für ein Miniring. Aber trotzdem, die Idee ist... Es ist okay. So ein Mini-Ding, wo ich baue... Ja, ich hab riesen gebaut. Also erstens ist für mich ein Panzer erst mal grün, ja? Also... Das ist... Ja, wenn ich dem davor schon Es ist okay gegeben hab. So, das ist... Macht's bumm? Das macht nicht mal bumm, okay. Indigo, die haben... Ich glaub der ist nicht fertig geworden, oder? Oh, muss der ja? Das sieht so cool aus. Das ist gut. Ja. 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 Mit... Mit... Mit Fenster. Haben... Haben Panzerschimmerfenster gehabt, Nigel? Ja, doch. Eigentlich schon. Amazing. Amazing, ja. Mhm. Mhm. Ach, so eine Einstiegslücke hätte ich auch machen können. Genau. Bin ich... Blade. Ah, mein Geist. Es macht nicht bumm. Gute Haas. Nee. Das ist ein Mini-Traktor. Ja, aber die Einstiegslücke genau hat's ne gute Idee. Aber ich hatte nicht mehr die Zeit dazu, leider. Oh. Okay. Puff, mit Puff. Passen gut. Auch gut. Mit zwei Leuten drin. Was ist das da vorne? Wenn er schießt, glaub ich, will das sein. Ich bin... Oh, du bist dritter geworden. Vor mir? Ich bin dritter geworden. Du bist vorletzter? Nein, nein. Ey, jetzt kommt mal. Was sagst'n die alle für ne Meinung von nem... Nee, ich glaub das ist erstmal echt... Keine Ahnung. Ich... Nee. Nee. Ich sag... Ja, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann komm schon. Jetzt. Okay, bis dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.